ne brauche ich nicht ich hab ja noch meine guten waffen spinnenleben das heißt nichts gutes ich glaube wir bekommen eine gesellschaft von unseren ne doch nicht kann man nicht abbrennen was war das denn gerade? habt ihr es gesehen? das war eine taschenlampe die ist kaputt glaube ich ne oder? warum kann ich die nicht benutzen? oder hast du einen bug im spiel gerade? irgendwie weil ich seh ja so nix oh krass so wie in diesem einen raum wo die leichen lang laufen krass hä? man fassen ab jetzt ja an das geht hier auch wieder ich habe schon gerade wegen diesen geistern damit die zähne nicht versaut werden ok wo sind wir jetzt denn? oh so was gesehen sieht das nicht aus wo wir gehen fahren Allein. What the fuck? Ich habe aber haarscharf überlebt. Meine Fresse. Was gibt es hier schön, dass irgendwas versteckt ist? Natürlich nicht. Ach du scheiße. Alter, was geht denn da an? Und ist er durch? Ich habe eine Sakasse. Scheiße. Scheiße. Scheißdreck. Ich wollte schon sagen, hier ist bestimmt auch irgendwas zu holen. Scheiße. 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 Ich sehe nichts mehr. Scheiße. 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 Halti eh gedrückt. Oh Gott, vielleicht muss ich jetzt ein Gedrück halten. Krass. Ok, da kommt jetzt auch einiges los. Und es geht wieder abwärts. Ich höre diese scheiß Viecher ja schließlich an. Alter, lass mich doch zufrieden. Ich hab den Schuss mit einer Schaffgabel in die Fresse gegeben. Ach Scheiße. Weißt du, Menschen checken es nicht, wenn ich mit Handvoll Waffen schieße. Aber die fliege ich ja schon, oder was? Ich hab nen verfickten Schalldämpfer. Ja komm, lauf doch. Wieso kann ich ja verdammt auch mal nicht laufen? Alter. Was schießt denn da auf mich? Alter, meine Fresse. Da hab ich ja mal gar keine Chance gegen. Wo muss ich hin? Ey, fuck mich doch nicht ab. Die lähmen mich so komisch, da kann ich überhaupt nichts machen. Da ist noch einer von den zwei. Meine Fresse. Ja, meine Fresse, was soll ich denn da machen? Vielleicht stelle ich mich davon so blöd an? Vielleicht irgendwie an den vorbeischleichen oder so? Das ist ja auch überhaupt nicht, wo ich hinlaufen muss. Fickt euch doch, scheiß Fischer. Fickt euch, fickt euch, fickt euch alle Male. Das sind doch einfach viel zu viele. Ich muss hier so oder so töten. Ich muss hier so hässlich lähmen. Kann ich nichts gegen machen. meine Fresse, lass mich Optimfrieden. Den kann ich nicht auch, ne? Boah, von wo denn? Ich seh noch nicht mal, von wo die... Was geht denn? Da hinten ist eins Keine Munition mehr, ach Arschlecken Wie soll ich jetzt in so einem Scheißspiel irgendwas ohne Munition reißen? Ich kann aber bestimmt noch gleich voll viele von den Viechern 100 pro Erstmal checken, wo ich lang muss Neuer Speicher Ich kann jetzt auf das Töne 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 Meine Frasse.